Ayo, so Mini C6 am Start. Seid euch willkommen hier beim Spiel Warby's Adventure. Also angezockt. So, ich zeige euch erstmal wie man kaputt geht. Bang. So ne, ja. Erstmal jetzt hier der erste Level. Da gibt es hier 3 Gruppen. A, B, C hat man gerade gesehen. Immer 6 Levels. So, und hier ist es der erste Level. Geht da drum, dass man einfach nur, von gerade allein kann, muss einfach nur ein paar Zahnräder einsammeln. Kann man machen, wenn man kaputt geht. Ist egal. Nochmal neu starten, nochmal neue Zahnräder sammeln. Ich weiß egal. So, auf jeden Fall war da eben gerade hier so ein wichtiger Gegenstand. Den muss man einsammeln. Sonst kommt man gar nicht in die Tür rein. Und hier kann man Sachen, keine Ahnung, was man machen kann. Aufbessern oder irgendwas. Ja. Geht der aber am Anfang noch nicht. Auf jeden Fall muss man erstmal hier so ein paar Zahnräder einsammeln. Und dann, ähm, die eine Pressstange, die muss man finden. Wo der ganz links am Anfang war. Und damit kommt man erst in die erste Tür rein. Damit man den ersten Level erst packt. Man muss, ähm, noch für die ganzen Trophäen. Also ich hab da 70%. So, da muss man noch andere Gegenstände finden. Und, ähm, tja, Levels werden aber schwieriger. Also das Tier geht noch. Na ja, kommen dann gleich noch so Levels hier mit, ähm, pff. Das mal, äh, Scheinwerfer, das mal gesehen wird und so weiter. Darf man nicht gesehen werden. So ein Kram. Da hat mich dann genervt. Da hab ich dann noch ausgemacht. Da war mir dann zu blöd. So, na ja. Also sonst hier der Anfang, der erste Level war noch in Ordnung. Hier war es auch das dritte Mal schon den ersten Level gemacht. Deswegen sieht man, ob das schon ein bisschen schneller da alles macht. Mal habe ich ein bisschen länger dafür gebraucht. Oh ja, also hinten jetzt gleich hier rechts ist auch das Ende vom ersten Level. Ja, coole Zahnräder, coole, komm her. Ja, komm hier manchmal hier so Stellen halt. Muss mal hier im ersten Level oben erstmal alles absammeln, unten. Das heißt, man muss nicht, man kriegt die Zahnräder sowieso, auch wenn man einfach so durchpackt. Durchlaufen, dann kriegt man die Sachen auch wahrscheinlich. Ich weiß hier gleich, kommt hier auch der Ausgang vom ersten Level. Dann kommen die, ja, schweren Levels. Da hab ich keinen Bock mehr drauf. Deswegen soll ich das nur, weil das erste Level ist eben nur gezeigt. Und angezockt, was sollt. Angezockt. Trotzdem, ähm, 60% Locker, kriegt hier, ähm, allein schon bei dem Video, was sollt. Ja. Daumen mittelmäßig. Adwati mit. Dann euch noch schönen Tag. Und sag ich noch, bis zum Video. Tschüssig, ey. Wart.